Wenn Beyoncés neues Bild auf Instagram irgendwas zu sagen hat, dann, dass die Familie zusammenhält. Trotz der Berichte, dass sie und Ehemann Jay-Z auf eine Trennung hinzusteuern. New York Post Page 6 berichtet, dass Jay-Z und Beyoncé Hilfe dabei brauchen, ihre Ehe aufrechtzuerhalten und nur zusammenbleiben, um ihre Tour zu beenden. Aber wenn wir hier sehen, wie Ehemann und Ehefrau ihre Tochter Blue Ivy schwingen, dann sieht es gar nicht nach Trennung aus. Die Gerüchte von einer Trennung kamen auf, nachdem Beyoncé angeblich einen Songtext während eines Auftritts veränderte. Sie sang von einem untreuen Mann und deutete an, dass sie Jay meinen könnte. Dann gab es natürlich noch diesen Fahrstuhlvorfall bei der 2014 Met Gala in New York City. Und wir schätzen, dass Beyoncé auch diese Aufnahme aus dem National World War II Museum in New Orleans postete. Vielleicht als Symbol dafür, dass sie ihre Ehe zerbomben möchte. Nur Spaß, das Bild hier spricht doch für sich.